Konnichiwa und Mädel, meine lieben Kaspar. Tatsächlich sogar möchte ich Euch einen Riesendank sagen. Ich hätte nicht gedenkt, dass nach lediglich drei Wochen bereits 104 Abonnenten den Weg zu mir gefunden haben. Etzala, danke für positive wie auch konstruktive negative Kommentare. Ja, auch ich als etwas älterer Heda lerne gerne dazu. Ein Spatial, mein Dank für Euch, ist in Arbeit. Das Projekt ist zu 70% fertig. Ich gebe mir Mühe, neben meinem Schichtdienst, das Projekt bis zum 23. Mai fertigzustellen. Hoffentlich wird es Euch gefallen. Ihr wisst, dass der UGA momentan eine Strike Orgie veranstaltet. Auch ich bin davon betroffen. Liebe geht raus, Sayonara Madane und Medal of Robert SND.